Ja, normalerweise kann man Grußworte immer gerne mit dem lockeren Spruch einleiten. Das mag mir heute nicht gelingen. Das Thema ist einfach zu ernst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie auch heute ganz herzlich hier im Sinnex in Hachenburg zu der neuen Veranstaltungsreihe des Forstamts Hachenburg begrüßen. Thematisch möchte ich die Ausführungen nachher den Experten überlassen. Dennoch, Frau Runkel hat es gerade erwähnt, als waldbesitzende Kommune möchte ich mir jetzt dennoch erlauben, ein paar Punkte vorab vorzutragen. Das Thema Westerwald ist in aller Munde und die Folgen des Klimawandels sind auch hier im Westerwald nicht mehr zu übersehen. Der Klimawandel ist die eigentliche Ursache für das Sterben der Fichten. Der Borkenkäfer nur der Vollstrecker. Aber auch andere heimische Baumarten, wie die Buche und die Fichte, leiden unter der Trockenheit. Und Fakt ist, letztendlich braucht jedes Lebewesen und jede Pflanze das Elixier des Lebens, Wasser. Die jetzt noch nicht unmittelbar sichtbaren Folgen des Klimawandels werden sich in den nächsten Jahren dramatisch zeigen. Und zwar Wassermangel. Bisher kennen wir es nicht anders. Wasserhahn auf, uneingeschränkter Trinkwassergenuss. Aber was hat der Wald mit dem Thema Wasser oder Trinkwasser zu tun? Der Wald prägt nicht nur unsere Landschaft, ist nicht nur Erholungsgebiet und ist nicht nur ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor. Der Wald ist unser Trinkwasserspeicher. Der Wald produziert Sauerstoff, filtert Schadstoffe aus der Luft, bindet und speichert CO2. Frau Unkel hat es eben schon erwähnt. Mehr als die Hälfte der Gemeindefläche der Stadt Hachenburg sind Waldfläche. Und diese sind überwiegend im Besitz der Stadt Hachenburg. Und deshalb haben wir als kommunaler Waldbesitzer eine große Verantwortung. Und wir sind froh, dass wir mit dem Forstamt hier in Hachenburg einen Partner an der Seite haben, der uns bei dieser Verantwortung in ausgezeichneter Weise unterstützt. Diese Zusammenarbeit wird durch die Bildung eines, das ist jetzt der technische Begriff, Stadtwaldreviers mit Bildungswalt, mit Bildungsanteil, umgangssprachig Bildungswald, zukünftig noch weiter intensiviert. Der Stadtwald wird zukünftig eine tragende Rolle in der forstlichen Bildungsarbeit und waldbezogenen Umweltbildung einnehmen und hat hiermit die einmalige Chance einer naturnahen Bewirtschaftung auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Beim Forstamt in Hachenburg möchte ich mich auch deshalb bedanken für die Vortragsreihe, die sie hier ins Leben gerufen hat. Nämlich durch diese Vortragsveranstaltung kann man aus meiner Sicht das Bewusstsein für die katastrophalen Folgen des Quilima-Wandels in den Köpfen der Menschen zu verankern und hoffentlich zu einem Umdenken bewegen. Die Verbandsgemeinde, die im Anschluss noch einen Vortrag halten wird, ist auf diesem Gebiet schon seit mehreren Jahren erfolgreich und vorbildlich unterwegs. Es ist fünf vor zwölf, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir müssen und können vor Ort die Verantwortung übernehmen. Lassen Sie uns gemeinsam anpacken. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.